Hallo ihr lieben Westerosi oder Bravosi oder Oldenburger oder was auch immer. Folge 3 ist da. Episode 3 genau genommen. Der Drache sieht schon mal vielversprechend aus. Wir starten mal gemeinsam, würde ich sagen. Ihr wollt ja nichts verpassen, auch keinen tollen Ladebildschirm. Lade, lade, lade. Ja, eine Weile ist es her, ich glaube genau. Ich brauche nicht zu wiederholen, was passiert ist, weil er es jetzt für mich, für uns tut. Das sei bedrohlich aus. Es klang ja, als würde er seinen Vater töten wollen. Ich bin glücklich, dass ich dich gefunden habe, mein Junge. Es ist schon lange lange. Wer ist das denn? Mein Schatz. Roderick? Roderick! Oh Gott, es ist du! Sir? Fett den Meister, hurry! Fett den Meister! Fett den Meister! Du töten mich. Und die lost Legion wird nicht stoppen. Bis du und dein Freund sind tot. Quatsch, die Wälder sind noch gar nicht auf der Fall. Die hätte man eher wieder getroffen, glaube ich, wenn ich die nicht getötet hätte. Ich treffe ja allgemein auch so die richtigen Entscheider. Sie hat schon ein bisschen weggegangen. Sie wird zurückkommen. Wenn sie sie kümmern, sie töten sie. Sie werden sie nicht catchen. Sie wird uns Zeit geben. Es ist nur, dass wir nach Meereen müssen. Every Tag wir hier verletzen ist ein Tag, dass Talia oder Rion wird, oder... ... oder worse. Du musst zurückkommen, Asher, und... ... du hast eine Geschichte in deine Hoffnung in Frauen, die nicht verdienen. Sie sind meine Freundin, Onkel. Sie hat mich auf meine Seite für lange Zeit. Was ist das? Die Lost Legion? Aye, zu viele für uns zu nehmen. Ich habe über zwei dozen, vielleicht mehr. Als gut als Horses. Über eine halbe Stunde nach dem Canyon. Und schnell. Ich habe mich auf meine Arse, um zu vermeiden. Es ist fast leer. Ihr zwei, wenn ich es fertig bin? Es wird Zeit, bevor wir noch mehr Wasser finden. Ich sterbe, doch. Na, drink up. Danke. Right, wir müssen gehen. Die Lost Legion. Wir sind ein paar Kilometer von Yunkai. Wenn sie sich nicht geben können? Never. Sie sind immer noch über T'Zal. Ja, vielleicht sollte man nicht sein. Da ist so etwas wie übergebracht. Nicht, dass ich mich über T'Zal interessieren. Er war gutter-träscher, und ich fühle mich wie es. Das neck war zu werden. Sie sind älter. Aber Sie haben noch nicht. Es ist nur ein Zeitpunkt, bevor sie uns übernehmen. Ich dachte, echt, die jagen einen nicht, weil, äh, die es ja gar nicht wissen. Und das Persönliche ist verweckt, dass er eh tot. Ach, das wäre ja so oder so passiert. Ich bin sehr und wirklich verweckt. Das ist ein Zeitpunkt. Und? Und? Und wenn diese Wurzeln recedes, die Stuttgart werden, wenn sie uns überhörst, Und? Und diese Stuttgart werden, die Stuttgart werden, die Stuttgart werden, wenn wir sie finden. Ich bin, wir sind jetzt gehalten. Aber all ich sage ist, wir müssen hier sterben. Wir sind hier. Wir stehen nur auf unserer Grunde. Ich spüre raus und schaue für den Koffer. Wenn er richtig ist, kann ich ihn tatsächlich stoppen. Mhm. Ach, ich darf auch mal suchen. Juhu. Durchsuchen. Äh, was ist denn das hier? Die Mauer an. Nee. Doch, ich gucke jetzt die Mauer an. Ist ein bisschen laut, oder? Ich glaube, ich bin ein bisschen... Ich kann auch hier Leiter machen. Äh... Ey. Audio... Machen wir mal auf... 9. Und die Musik auf... 6. Äh. Ich dachte, da werden welche. Ich bin verwirrt. Weiter geht's. Mh... Mauer angucken. Los. Was denkst du? Können wir hier rauskommen? Sehr tief, Asha. Und wir wären total entzündet, wenn eure Freunde gekommen sind, bevor wir den Topen erreichen. Einfach mal drüber klettern. Ja. Vielleicht kommt ein Stein runter. Ich bin gespannt. Ah, schade. Jetzt noch nachgucken? Okay. Ah, ich schaff das. Jetzt muss ich mit ihm reden. Toll. Ich rede schon die ganze Zeit. Ich rede schon die ganze Zeit. Hast du nichts gefunden? Nicht noch. Was ist auf deinem Mind? Äh... Hä, wieso habe ich denn da jetzt endlich Zeit? Ich rede auch. Wie weiß man das? Wie weiß man das? Über die Floods? Und die Caves? Ich habe alles über Essos, über die Vorjahein. Über die Geschichte von Meerein. Über die Geschichte von Meerein. Über die Slaver's Bay. Ich hoffe es nur, es dauert. Ich hoffe, es dauern. Wir müssen uns zusammenziehen, wenn wir rauskommen, und auf die Meerein. Ich kann nicht mit dir und Besker schrafen. Es ist so viel auf dem. Talia, Ryan, deine Mutter. Du und ich müssen uns zurückkommen zu Westeros mit einem Sellsword-Armee. Und ich habe die feinste Idee, wie wir es ausziehen können. Also, wenn ich mich ein bisschen moody sehe, dann ist das warum. Na gut. Lass mich wissen, ob du etwas findest. Ich muss jetzt noch ewig mit ihm reden. Wir haben aber eigentlich die Zeit. Noch mal mit ihm reden? Nein. Ich komme hier noch weiter. Ach, du bist ja noch da. Was in 7 Hells haben wir zwei gemacht, um diese Scheine so schlecht zu machen? Na gut, zurück, wenn ich... Hey, Besker. Besker. Ah, bla 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 bla. Schau, Malcolm ist alles klar. Ich versuche es. Wenn er mich praktisch aufgerichtet hat, dann wissen wir, dass mein Vater und ich nicht weit sind. Ich versuche es. dass er ein bisschen anders ist. Und er sieht nicht wie ich, Er hat viele Dinge auf dem Kopf. Die Dinge, ich hoffe. Ich versuche es. Ich versuche es zu sagen, Ich verstehe, dass das nicht dein Kampf ist. Und Meereen ist das letzte wo du willst. Gott, Sascha. Ich versuche es nicht zu mir. 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 Besker, wenn man etwas sieht, Es sieht, dass wir uns vor Ort und so etwas vor. Der Rockslide sieht schon mal. Es könnte sein, Nein. Ich versuche es zu mir. Vielleicht ist es zu mir. Ja, das ist zu mir. Ich versuche es zu mir. Oder ich versuche es zu mir. Ich versuche es zu mir. Was für einen Kaffee square? Ich versuche es von dem Eisenberg. Es könnte ein Kaffee in der Bede. Sechst, was ihn ausschließlich ist. Ich versuche es zu mir. Erholen! Er wird das nicht brauchen. Asher, die Verlusten Legion hier wird. Das ist Essos. Es ist immer Zeit für Gold. Oh, Scheiße! Es sind sie! Verstopfen wir den Gang mit leichter. Ah, jetzt muss ich mich wirklich beeilen, oder? Gucken wir erstmal die toten Tiere an. Hier wohnt also ein großer Bär, oder sowas. Ups. Die Drache. Höhöhöhöh, waffel, hä? Oh. Äh. Die Drache! Deine ich hier! Geheimrisch,'s du keine Mosch-Legion. Wir haben eine größere Problem. Bleib nicht! Bleib nicht! Bleib nicht! Ja, ja, ja. Was ist das jetzt hier? Mixpain? Ach, Quatsch. Meisker! 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 Can you walk, Asher? We have to move now! I'm fine. You think I don't know, Payne? Get out of my way. Hurry! The beast is coming around! Asher! Take my arm! Hurry, Asher! The beast is coming! The beast is coming around! Mega cool! Hammer! The beast is coming around! I mean, that's not any one. That must be a trap! I think it's already a trap! The beast is coming around! Ich hätte mir nicht gedacht, dass er schon so groß ist. Womit das kann eigentlich sein. Zwischen der... Er muss ja. Ich meine, es ist ja auch ungefähr da, wo der hingeflogen ist wahrscheinlich. Aber das ist doch viel weiter. Niemand. Lassen wir es mal so stehen. Ich weiß nicht, wie es Geschichte hier reinpasst. Aber passend tut es. Ich weiß nicht, wie es Geschichte hier ist. Gather round. Wir handeln aus den Anwendungen heute. Garrod. Wir werden die Menschen der Watch vor der Nacht. Right. Sorry. Nicht so schwerer Gefühle über das Geschäft mit Finn, ja? Ich verzeihe, dass du mich nicht über den Knife verletzt hast. Es ist schön, dass du zumindest einen Bruder hast. Ich kann mich nicht mehr verraten. Finn hat mich nicht mehr verraten. Ich versuche mir, dass du dich verraten kannst, Kotter. Alles klar, ich versuche es nicht mehr. Na gut, keine Garnenten auf Potatoes. Oder Lamprey Pie. Oder für das Wichtigste. Ich versuche dich, Gareth. Ich versuche, ich werde meinen Weg verraten. Na gut, ihr zwei Sons von Horsen, die sich als Thiefen zu sehen. Ich versuche einen schönen Lauf über nicken meine Knife, nicht, Gareth? Menschen wie dich werden traiter für nichts. Es ist in deinem Blut. Nächster, ihr werdet die Menschen auf der Watch für ein Kuchen. Finn, stopt dich zu sein, zu sein. Wenn ein Mensch meine Gäste ist, wird es meine Fische, die sie aus ihren Hörn zerbrechen. Du bist immer ein Arschluss, Gareth. Du bist nur ein Kraven. Schau, es ist vorbei, okay? Juste es. Du kannst sie weg, wenn du möchtest. Finn, lasst ihn allein. Es war nicht Gareth's fault. Wenn du jemanden möchtest, möchtest mich. Mit Leid. Es ist egal, wie der Welt dich auf einmal erwähnt. Nach heute, Sie sind alle Brüder. Es könnte sogar sein, dass der Mann neben dir einen Tag schafft, einen Tag schafft. Vielleicht schafft er seinen. Wir müssen uns herausfinden, dann schauen wir. Kasper, zu den Bildern. Finn, zu den Rangers. Erich, zu den Steuern. Hugh, zu den Rangers. Kotter, zu den Bildern. Und endlich. Garret, zu den Rangers. Das ist es. Abenteuer. Möchtest du alle die Gäste dich beschweren? Na ja, da sind wir. Ich werde die Wälder aufbauen. Und du siehst, sie zu retten. Wollt ihr, nördere Jungs, ihr Gäste, die Gäste zu dieser Union geben? Es gibt ein Weirwood-Tree über die Wälder. Jetzt fahre ihn auf und fahre meinen Weg. Er legt ihn zum Baum. Ja, cool. Was da passieren wird genau? Würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge. Eben Stoppohren klicken. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe ihr seid gespannt wie ich, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal.